Ich habe gerade eine Überraschungszeit bekommen und jetzt habe ich gedacht, ich mache das mal auf und schauen was da drin ist. Ich liebe den Schoko und vor allem Überraschungszeit, da weiß man nie was für eine Scheiße oder was für eine coole Spitzung da drin ist. Darum habe ich gedacht, das ist scheiss Schokolade, die geht nicht schön auf, das ist wirklich scheiße. Und jetzt, boah fuck. Ja Mann, ein Baby, ein Baby haben wir da. Ui, ui, ui. Den kann man schon hinstellen und sonst kann man nichts machen mit dem. Aber YOLO, Überraschungszeit kann man gut den kleinen Kindern schenken. Und wenn euch das gefällt, ein Abo noch und abonniert mich. Danke, tschau.